die 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 und die Schlagen alle ja hast du auch er hat es gemacht er hat er hat drei Leben weg ich hab nicht gesagt ich bin ich hab grad Leben verloren oder ja ich hab drei Leben verloren ich hab richtig viele Leben verloren hallo ich hab nur noch zwei Herzen ich hab nur noch drei Leben verloren ich hab alles aufgeladen ich hatte ganz viel Leben, hab was da futtert ich hab alles aufgeladen ja alles gefuttert, ich bring dich da oben hier ich hab ein eigenes Zeug gefuttert in der Kiste waren die ich stich um komm weg Alec ich bin mal ass alter waaahhhhhh nein Quatsch ähhhhh du bist bei deinem Ding da, bei deinem ne 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 ich bin im Ding hat Nachtweg hier wo bist du? bei Lagerstätte? ja bei Lagerstätte ok scheiße so viele Monster ja ja meine kleine Ding ich hab Angst oh jetzt wird hell oh jetzt hab ich nicht mehr Angst ja Timmy Timmy oh Timmy oh Timmy oh Timmy oh ja ich sehe eure Schrift oh das ist ein Screeper ich kann auswählen ein Screeper Flory ein Screeper wie war verdammt und du bist du bist hier ey alter der ist genau hier explodiert ja ich hab ihn zweimal getroffen der ist ein Tannenbaum echt mal mit nichts genau ja hallo hier im Lagergeschoss Hedl ich sage Pfical gast hast du mit DIAMANT Dings hier? warte mal ganz kurz Lucas wieso stehst du von Boden? büth shifting glaub'ma wie grü 사랑 komischer Bauhaus mit den Latze online das sieht richtig dumm guck mal hier sieht 상t aus wegl Prozent entgegelt er hat das Wort in der Adrie und hier ja nein die Erfülligkeit haben die Erfüllung da liegt was für dich aber weil das kommt klar alles klar hat sie wirklich geklaut in der Stiftung erster ja er stirbt zu können als die Grunde man fängt doch mal ich habe ein Stück weit steckt Ohhhh Thunsohn Thunsohn Kann ich mir fragen Ach, sagst du du heißt mich als Thunsohn? Nein, du bist ganz dumm Mann, hör doch mal auf, ey! Felix, bring mir die Knochen, bring mir die Knochen, bring mir die Knochen, ich hab nur einen Wolf gefunden Du bring mal Florin zum Ausrasten, ey Felix, bring mir die Knochen Ey, seid ihr dumm Ach, dann bring ich dich jetzt rum Scheiße, ich versteck mich Ey, die ganzen Sachen über den Weg liegen jetzt hier rum Ey, hallo, bring mir die Knochen Nein, lass mal, lass mal, ich bring ihn hier Also, ja, das ist eine sehr lustige Folge, Leute, ja Den Arsch bring ich jetzt rum Und zwar auch im echten Leben Das ist im Flug des Letzte Folge Adrie, bring mir mal einen Knochen Ich bin bei der Katastrophe wieder Florin, zeigst jetzt mal ganz kurz mein Ding Ja, du kannst mich gleich töten, ja? Du kannst mich gleich töten Adrie, bring mir mal schnell ein Knochen in Ja, bleib mal jetzt ruhig, Junge, die hauen nicht ab Ich hab noch keine Zeit jetzt hier Ja, ich kann auch gleich da bleiben Wenn du mich tötest, ne, mal Samme, aber bitte nicht für meine Sachen rein Dann darfst du mich töten Ey, sag mal, warum macht jetzt alle ne Eisenrüsten, ihr Ärsche? Und wo ist, wo ist da? Ja Ja, Adrie, 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 nee, Florin, hast du Knochen? Ja, Mann Florin, guck mal, da oben, oben habe ich jetzt mal so zwei Wölfe Geh da mal nicht rein, ja, da steht es extra vorne drauf, dass das meine sind Und Handball Oh, mein gebielt Äh, Eh, äh, eh Rechnung wieder es lohnt gar nicht verschwinden wenn das war Knochen er ist nicht das bringt er auch nicht wo es mir ab ich hab ihn gar nicht gebrochen wo er muss in der Nähe sie müssen hier bei der Haltungsfarm hier unten er hat meine Tastatur ein paar Abwehr bei Flores Turm um Wasser und drück nichts bei Flores Turm um Wasser bei deiner Katastrophe ja rechter von einem wasser unten okay ich hole mit dem Wolf nein du hast du kein Wolf ja Adi ich glaube ich bin aber schneller weil ich bin schon da ich bin schon da meiner ich will auch mal einen ich will nix was ist hier für die Knochen alle zu behindern dass ich hier schlafen Scheiße ja jetzt will der Adrie warte 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 du kannst mich gleich töten du kannst mich gleich töten du kannst mich gleich töten nein ja ja ich hab ich gekillt alter mann du hast ja voll für die mal gezockt du Penner hau ab du Pisser alter hallo ich hab gesagt du kannst mich gleich töten nix das hast du dich laut genug gesagt den Eimer ach ey du oh du oh du geckillt ey weh du jetzt meine Sachen auf ich kill dich gleich nochmal Janicke nein ich hab dir Sachen nicht aufgehoben ich hab dich doch gar nicht gekillt hallo du hast meinen Wolf geklaut und mich abgestochen hier hab ich gar nicht ich hab deinen Wolf gekillt der Welt nicht geschlagen und nicht geschlagen ich hab dich nicht geschlagen so 100 Prozent das war der Vorhörer ey da sind drei Wölfe drei Wölfe über der Kaktusfalle drei Stück Felix hast du meine Sachen aufgehoben kommst du ja hier geh mir mal Knochen her Felix mach mal ein Knochen her geh mal ein Knochen her Felix mach doch mal ab Mensch ich lass den übrig das habe ich nicht mehr hier ich noch gar nicht der Hauptsorger hatte aber er und an ihr auch nur die Wurzböcher der Unbeschauer da oben Köln ein nein doch ich habe ihn wenigstens meine Sachen aufgehoben ein Mann geht da dann ist es auch nicht ich glaube ich glaube ich habe gar alle Knochen gegeben es ist ja scheiße ich könnte jetzt schon sechs Wölfe haben Nein um 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 nun was den Pater ja noch einmal und ne Fakten und zwar einmal 64 Fakten er gibt mir meine Fakten das kann ich nicht und äh ich hatte zwei Knochen. Ja, äh, was, zwei Knochen? Ich hab Gartenknochen, oder? Du hast die jetzt alle zwar fikt, hast du die. Nee. Wo sind die? Wo bist du? Wieso kommt dieser Wortfakt an den Wolfgang hinterher? Sag mir, wo bist du? Ey, scheiß ich selber, weil Sandstein mal am Lack gewesen ist, Mann. Ey, der Wolfgang hat gerade mal den Tor. Mein Läuf ist weg, Alter. Mein Läuf ist weg, Alter. Das hab ich jetzt nicht knungen, aber ich hab ihn noch. Felix, griff mir bitte meine 64-Faktor. Nein, die brauch ich nicht, aber du hast ja noch einmal 64. Nein. Ich hatte 64, ich kann die, ey, ich kann den Leuten fragen, ob ich da... Ich hab nämlich die Videos, weil es gefallen ist. Dazu hütt ich deine perfekten Dinger hier. Dann brauchst du mir deine zwei, zwei Knochen raus in deiner Spatik, ne Wölfe jetzt, ne Wölfe jetzt, ne Wölfe jetzt, ne Wölfe jetzt, ne Wölfe jetzt. Nein. Schön, aber gib mir meine Fakten wieder. Du knisterst uns die total. So knifst, 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 knifst. Dies, gib mir, gib mir meine Fakten. Mann, das fährt ruhig, weil er schliff. Ja, wo bist du? Oder, oder ich reiß die halt hier ab. Nein. Also gibst du mir die hier? So, ich reiß die halt hier ab. Nein. Also gibst du mir die hier? Dann habe ich mich ein bisschen abgefackelt. Ja, warte doch mal ab, Jungen! Mann, du streckst grad, das ist aber richtig. Oh, drei, vier, drei, viermal einen Wolf-Karte geschlagen. und warum wird das untervorläufen ja komm rein hier ey 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 die Glocke Alter, was war das denn? Adrie? Du verhindernst? Du verhindernst? Komm her, hast du die Anja? Ja, ich hab noch mal gut bei dir ich hab noch mal gut bei dir jetzt reicht es mir ey, wo sind deine Sachen, nicht jetzt reinlatschen ich hab keine Sachen gehabt also, dann sagt es doch ja, ich hab mal, ich hatte eine Weile gut, ja ähm 8.25 Jaa bis dahin wir einen Teil von einer Gottmann nein, das mach ich nicht Eh, ich hab vollbogen, aber ich kann nicht ab tuben hier schade ich habe, los, los, los guck aber nicht mehr ja, ey, warte doch mal ab, Junge naja 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 Hey JK Keeper Achso, Jason, ja Da ist eigentlich zuhause, da hinten Wo? Oh Hh Guck mal, macht der doch Hh 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 dann gab es die Kälte erlaubt aber geht es sich der Aufländer die Sohn bei dem Essen auch immer schon in der Welt er wird mag ich nicht was dann zu geben ich habe keine Faktoren genommen von dir ja ich gebe ihm meine zwei Knochen oder denn seine Hülfe anmachen wo man jetzt weiter Wölfe hin Gasseier los jagt das Schaf hast du jetzt auch zwei? ja die überschwinden aber in der Haarzeit ist irgendwie doof, dass die überschwenden sind ich ja Tag, geil wonderful life ich gehe jetzt mit den Wölfen auf Schweinejagd wo kann man das Leben der Wölfe sehen? gar nicht das scheint voll bei Yannick ein wölfe wölfe ich Ich möchte meine Plex, jetzt! Vielen Dank.